Eine der neuen Funktionen der Smart Notebook 2015 Software sind die mathematischen Funktionen. Sollten Sie bereits Erfahrungen mit den Mathe-Tools für die Notebook-Software haben, dürften Ihnen diese Funktionen vertraut vorkommen. Eckpunkte ein- und ausblenden, Innenwinkel ein- und ausblenden, Seitenlängen ein- und ausblenden und Form teilen. Sobald Sie in der Notebook-Software 2015 das Formenwerkzeug auswählen und eine Form erstellen, können Sie im Kontextmenü des Objektes folgende neuen Funktionen aufrufen. Eckpunkte ein- und ausblenden, blendet die Eckpunkte eines Polygons ein bzw. aus, sodass diese mit dem Finger oder der Maus verschoben werden können. So lässt sich die Form des Polygons anpassen. Innenwinkel ein- und ausblenden zeigt bei einem Polygon die Innenwinkel an bzw. blendet diese wieder aus. Wird das Objekt dynamisch verändert, ändern sich auch die entsprechenden Angaben für die Innenwinkel. Seitenlängen ein- und ausblenden stellt die Seitenlängen von Polygonen dar bzw. versteckt diese wieder. Wenn Sie jetzt zusätzlich das Messwerkzeug Lineal auswählen, können Sie mithilfe dieses Lineals exakt die Werte ablesen, die Ihnen über diese Funktion eingeblendet werden. Wenn Sie über das Formenwerkzeug ein Kreis oder ein Rechteck erstellen, können Sie jetzt mithilfe des Kontextmenüs die Funktion Formteilen aufrufen. Diese Funktion ermöglicht das Unterteilen eines geometrischen Objektes in verschiedene Teile. Ich kann den Kreis zum Beispiel in sechs gleichgroße Elemente unterteilen lassen und mit OK sehe ich das Ergebnis. Geht es diese einzelnen Elemente, lässt sich jetzt direkt aus diesem Kreis rausziehen und als eigenständiges Objekt nutzen. Beachten Sie bitte, dass komplexere mathematische Aktionen mit dem seit Notebook 2014 vorhandenen GeoGebra-Add-ons jederzeit möglich sind.